In diesem Video zeige ich euch neue iOS 13 Funktionen, die etwas versteckt sind, die ihr aber auf jeden Fall kennen solltet. Also viel Spaß! Legen wir gleich los mit der ersten Funktion, nämlich dem Blockieren von anonymen Anrufen. Früher war es nur sehr umständlich möglich, anonyme Anrufer auf dem iPhone zu blockieren. Mit iOS 13 könnt ihr dies jetzt allerdings ganz einfach tun. Geht dazu einfach in die Einstellungen, dort auf Telefon und aktiviert dann hier unten den Punkt Unbekannte Anrufer stumm schalten. Jetzt werden Anrufe von unbekannten Nummern automatisch stumm geschaltet und direkt an die Voicemail weitergeleitet. Die Anrufe tauchen allerdings nach wie vor in eurer Anrufliste auf. Alle anderen Anrufe von bekannten Nummern und Kontakten klingeln wie gewohnt bei euch auf dem iPhone. Mit iOS 13 wurde auch eine neue Option zum automatischen Sparen von Datenvolumen hinzugefügt. Diese Option ist allerdings standardmäßig deaktiviert und ihr könnt sie finden, wenn ihr in die Einstellung geht, dort auf mobiles Netz tippt und dann auf Datenoptionen. Hier seht ihr die Option Datensparmodus. Aktiviert diese. Jetzt wird der Datenverbrauch automatisch reduziert, indem zahlreiche Funktionen wie zum Beispiel Hintergrundaktualisierung bei Apps oder die Synchronisierung von Fotos pausiert werden. Manuell könnt ihr diese Prozesse aber natürlich jederzeit starten. In der Dateien-App gibt es seit iOS 13 gleich mehrere neue Funktionen. So könnt ihr jetzt zum Beispiel Dateien direkt auf eurem iPhone entpacken oder umgekehrt auch selber Dateien zu einer ZIP-Datei packen. Um eine oder mehrere Dateien zu einem Archiv zusammenzufügen, müsst ihr einfach die gewünschten Dateien auswählen und dann hier unten auf Komprimieren tippen. Jetzt wird automatisch eine ZIP-Datei angelegt. Zum Entpacken müsst ihr einfach nur auf die ZIP-Datei tippen und die Dateien werden in einen neu angelegten Ordner wieder entpackt. Endlich kann man auch direkt auf dem iPhone in der Dateien-App neue Ordner bzw. Unterordner anlegen. Haltet dazu einfach an eine freie Stelle getippt und wählt dann neue Ordner, vergebt einen Namen und tippt auf Fertig und schon habt ihr einen neuen Ordner angelegt. Wenn man früher ein Dokument auf dem iPhone scannen wollte, war meist der Umweg über die Notizen-App nötig. Jetzt mit iOS 13 kann man dies aber auch direkt in der Dateien-App machen. Geht dazu einfach in der Dateien-App oben rechts auf diese drei Punkte und wählt dann hier unten Dokument scannen. Ihr könnt auch direkt aus einem Ordner in den Scan-Modus gelangen, indem ihr hier in einen freien Bereich tippt und dann auf Dokument scannen tippt. Jetzt könnt ihr ebenfalls einfach ein Dokument abfotografieren und dieses als PDF einscannen. Auch Safari hat mit iOS 13 einige neue Funktionen erhalten. So könnt ihr jetzt zum Beispiel einstellen, dass offene Tabs automatisch nach einer gewissen Zeit geschlossen werden. Geht dazu in den Einstellungen auf Safari, scrollt dann etwas runter zu Tabs schließen und jetzt habt ihr die Möglichkeit einzustellen, dass alle Tabs automatisch nach einem Tag, nach einer Woche oder nach einem Monat geschlossen werden sollen. Neu ist auch, dass ihr jetzt ganz einfach alle offenen Tabs auf einmal als Lesezeichen speichern könnt. Haltet dazu in Safari auf das Lesezeichen-Symbol gedrückt und wählt dann den Menüpunkt Lesezeichen für drei Tabs hinzufügen aus. Genauso einfach ist es, alle Tabs auf einmal zu schließen. Haltet dafür rechts auf das Tab-Icon gedrückt und wählt dann alle drei Tabs schließen aus. Neu ist jetzt auch, dass man Tabs durchsuchen kann. Tippt dafür unten rechts auf das Tab-Icon, zieht den Screen etwas nach unten und gebt hier oben den gewünschten Suchbegriff ein. Jetzt werden euch nur noch die Tabs angezeigt, die den gewünschten Suchbegriff enthalten. Ihr könnt jetzt sogar genau nur diese Tabs alle auf einmal schließen, indem ihr hier oben auf Abbrechen gedrückt haltet und dann unten den Menüpunkt drei Tabs zu dem Keyword iPhone schließen auswählt. Ihr habt jetzt auch noch mehr Möglichkeiten, um in Safari in eurem Browserverlauf zwischen Seiten vor- und zurückzugehen bzw. geschlossene Tabs wieder zu öffnen. Um zurückzugehen zu einer anderen Seite, müsst ihr einfach auf das Zurückzeichen gedrückt halten und könnt dann wieder zu einer vorherigen Seite springen. Das gleiche funktioniert, wenn ihr wieder nach vorne gehen wollt, einfach auf den Vor-Button gedrückt halten und nach vorne springen. Wenn ihr einen bereits geschlossenen Tab wieder öffnen wollt, müsst ihr einfach in den Tab-Modus wechseln, auf das Pluszeichen gedrückt halten und dann könnt ihr die bereits geschlossenen Tabs wieder öffnen. Mit iOS 13 ist es jetzt auch endlich ganz einfach möglich, einen Screenshot von einer kompletten langen Seite zu machen. Nutzt dafür die jeweilige Screenshot-Funktion eures Gerätes, tippt dann unten links auf den Screenshot-Vorschau-Modus, tippt oben rechts auf ganze Seite und wenn ihr jetzt oben auf fertig tippt, könnt ihr die komplette Seite als eine PDF in euren Dateien sichern. Normale Screenshots könnt ihr jetzt auch ganz einfach nicht nur direkt in euren Bildern sichern, sondern auf Wunsch auch direkt in euren Dateien. Wenn ihr einen Screenshot übrigens noch schneller teilen wollt, dann müsst ihr dafür einfach nur unten links auf die Screenshot-Vorschau gedrückt halten und schon erscheint der Teilenscreen. Im App Store haben sich mit iOS 13 auch einige Sachen verschoben. So musste zum Beispiel der Update-Button hier unten dem neuen Arcade-Bereich weichen. Wenn ihr jetzt manuell nach Updates suchen wollt, dann müsst ihr oben rechts auf euer Profilbild tippen und seht dann hier unten eine Liste mit verfügbaren Updates oder kürzlich aktualisierten Apps. Um das Ganze zu aktualisieren, müsst ihr es wie gewohnt nach unten ziehen und schon erscheinen neue Aktualisierungen für Apps und ihr könnt diese starten. Neu ist auch, dass ihr in dieser Ansicht jetzt Apps direkt löschen könnt. Ihr kennt das sicher, über die Jahre haben sich zahlreiche Apps angesammelt, von denen man nicht einmal weiß, wo auf dem Home Screen sie versteckt sind. Jetzt könnt ihr in dem App-Update-Bereich im App Store eine App einfach nach links wischen und löschen auswählen und schon wird diese App von eurem iPhone gelöscht. Ihr könnt jetzt auch noch genauer einstellen, wie mit verfügbaren App-Updates umgegangen werden soll, wenn ihr nicht in einem WLAN seid. Geht dazu in die Einstellungen, dort auf dem Menüpunkt iTunes und App Store und dann hier unten auf App Downloads. Hier könnt ihr einstellen, dass ihr immer gefragt werden soll, wenn ihr euch in einem Mobilfunknetz befindet und Apps aktualisiert werden sollen. Ob nur gefragt werden soll, wenn eine App über 200 MB groß ist oder ob ihr einfach sagen wollt, App-Updates sind immer erlaubt. Auch in eurem Mobilfunknetz, auch wenn dafür Datenvolumen verbraucht wird. In der Notizen-App könnt ihr jetzt ganze Ordner mit anderen Personen teilen, damit diese automatisch Zugriff auf alles innerhalb dieses Ordner erhalten. Ihr könnt dazu einen bestehenden Ordner auswählen oder einen neuen Ordner anlegen. Vergebt einen Namen und geht dann hier oben rechts auf diese drei Punkte und wählt den Punkt Personen hinzufügen aus. Wichtig ist, dass dieser Ordner in der iCloud gespeichert sein muss, damit ihr ihn mit anderen Personen teilen könnt. In den Freigabeoptionen könnt ihr dann noch einstellen, ob es sich nur um einen Lesezugriff oder um einen Schreizugriff handeln soll. Alternativ könnt ihr auch einfach auf einen bereits bestehenden Ordner nach links wischen und dann hier auf dieses Icon tippen, um andere Personen hinzuzufügen. Auch in der Mail-App hat sich einiges verändert. Hier habt ihr nach wie vor die Möglichkeit, Text zum Beispiel Fett oder Korsiv zu markieren oder zu unterstreichen. Und hier unten in der neuen Leiste könnt ihr jetzt viel schneller Fotos oder Anhänge einer E-Mail anfügen. Außerdem gibt es in der Mail-App jetzt einen ganz neuen Screen, wenn ihr unten rechts auf Antworten tippt. So habt ihr die Möglichkeit, eine E-Mail zum Beispiel erneut zu senden, zu markieren, als ungelesen zu markieren, die E-Mail zu verschieben, zu archivieren oder ihr könnt sie jetzt neuerdings auch stumm schalten. Wenn ihr dies macht, werdet ihr bei neuen Nachrichten aus dieser E-Mail-Konversation nicht mehr benachrichtigt. Umgekehrt könnt ihr auch ganz gezielt Mitteilungen für eine E-Mail-Konversation aktivieren und werdet dann jedes Mal benachrichtigt, wenn eine neue E-Mail zu diesem Thema eingeht. Die Art und Weise, wie man Apps löschen bzw. neu anordnen kann, hat sich auch etwas geändert. Früher musste man nur lange genug auf irgendein App-Icon gedrückt halten, damit man in den Modus kam, wo man Apps verschieben bzw. löschen konnte. Jetzt müsst ihr zwar ebenfalls länger auf ein App-Icon gedrückt halten, doch dann erscheint dieses Menü und ihr müsst hier oben den Menüpunkt Apps neu anordnen auswählen. Beim ersten Mal hatten auch wir die Sorge, dass dadurch automatisch alle Apps sortiert werden. Allerdings seht ihr, gelangt ihr dann in den altbekannten Modus, wo ihr App-Icons löschen oder verschieben könnt. Je nach Einstellung speichert iOS euren Standort, wenn ihr ein Foto knipst. Wenn ihr dann ein Foto teilen wollt, werden diese Standortdaten an den Empfänger mit übermittelt. Um dies zu deaktivieren, geht einfach in die Fotos-App auf den Share-Button und wählt dann hier oben diesen kleinen Option-Punkt aus. Hier habt ihr nun die Möglichkeit zu entscheiden, ob alle Fotodaten mitgeschickt werden sollen oder ob ihr zum Beispiel nur den Standort oder eben halt den Standort nicht mitschicken wollt. Bezüglich der Einschränkungen eures Standortes habt ihr nun auch die Möglichkeit, in den Einstellungen pro App einzustellen, wann der Standort übermittelt werden soll. Geht dazu in den Einstellungen auf Datenschutz und Ortungsdienste. Jetzt könnt ihr hier unten eine beliebige App auswählen und könnt dann einstellen, dass zum Beispiel immer beim Verwenden der App automatisch der Zugriff auf den Standort erlaubt ist, dass es nie erlaubt ist oder dass jedes Mal bei der erneuten Nutzung der App neu gefragt werden soll. In iOS 13 ist jetzt auch endlich diese riesige Lautstärkeanzeige mitten auf dem Bildschirm verschwunden. Stattdessen erscheint jetzt, wenn ihr die laute oder leise Taste drückt, hier links diese kleine dezente Anzeige. Und ihr könnt diese jetzt auch einfach mit dem Finger nach rechts wischen und dann hoch- oder runterschieben, um die Lautstärke noch genauer einzustellen. Mit iOS 13 ist es jetzt auch endlich möglich, lange Inhalte einfach zu scrollen. Früher musstet ihr elendig lang immer den Screen nach oben bzw. nach unten schieben. Jetzt müsst ihr einfach nur auf den Scroll-Balken drücken, gedrückt halten und könnt diesen dann hin und her ziehen. Dies funktioniert nicht nur bei Webseiten, sondern auch zum Beispiel in den Einstellungen könnt ihr auf den Scroll-Balken drücken und könnt so besser hin und her scrollen. Oder auch in anderen Apps wie zum Beispiel WhatsApp etc. In den Einstellungen versteckt sich eine weitere Funktion zur Schonung eures Akkus. Wenn ihr dort auf Batterie geht, dann auf Batteriezustand, seht ihr den neuen Menüpunkt Optimiertes Laden der Batterie. Diesen solltet ihr aktivieren. Denn euer iPhone lernt dann eure Ladegewohnheiten kennen und lädt das Gerät nie mehr als 80% auf, wenn es weiß, dass das Gerät noch für längere Stunden am Strom hängen bleibt. Mit iOS 13 wurden auch wieder einige neue Gesten bzw. Wischfunktionen eingeführt. 3D Touch gibt es zwar immer noch auf den entsprechenden Geräten, es hat aber jetzt die gleiche Funktion wie Haptic Touch, sprich man hält länger an einer Stelle gedrückt. Hierüber lassen sich auch in iOS 13 fast überall kleine Untermenüs aufrufen und wir empfehlen euch es immer mal wieder auszuprobieren, da ihr so schnell Zugriff auf einige Funktionen erhaltet. Auch einige neue Fingergesten wurden eingeführt. So könnt ihr zwar immer noch das iPhone schütteln, um zum Beispiel eine Eingabe zu widerrufen, ihr könnt stattdessen aber auch einfach mit drei Fingern doppeltippen. Auch in der Erinnerung App hat es einige Änderungen und neue Funktionen gegeben. Ihr habt jetzt zum Beispiel die Möglichkeit Unteraufgaben zu erstellen. Geht dafür auf einen bestehenden Menüpunkt, tippt rechts auf das kleine i und scrollt nach oben und wählt dann hier den Menüpunkt Unteraufgaben aus. Jetzt könnt ihr einen neuen Unterpunkt eingeben, tippt auf fertig, fertig und jetzt wird dieser Punkt verstachtelt als Unteraufgabe angezeigt. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit eine Erinnerung mit einer Person zu verknüpfen. Wenn ihr dann mit dieser Person das nächste Mal über iMessage kommuniziert, erscheint die entsprechende Erinnerung auf eurem Screen. Geht dazu auf eine bestehende Erinnerung und tippt rechts auf das kleine i und aktiviert dann diesen Schalter beim Senden einer Nachricht erinnern. Über den Menüpunkt Person auswählen gelangt ihr in euer Adressbuch, um die Person auszuwählen, die mit dieser Erinnerung verknüpft werden soll. In Apple Music gibt es jetzt beim Abspielen eines Songs einen neuen Button hier unten links, mit dem ihr euch die Liedtexte anzeigen lassen könnt. Ähnlich wie bei Karaoke wird dann hier der ganze Text live beim Abspielen des Liedes angezeigt. Ihr könnt auch einfach durch den Text scrollen und wenn ihr dann auf eine Textstelle tippt, springt das Lied automatisch an diese Stelle. Mit einem kleinen Trick habt ihr auch die Möglichkeit ganz einfach ähnliche Musik wie das gerade abgespielte Lied abzuspielen. Geht dazu auf dem Song hier auf diese drei Punkte und wählt dann Sender erstellen. Die nachfolgenden Lieder sind jetzt automatisch ähnliche Songs wie das zuvor abgespielte Lied. Mit iOS 13 ist es jetzt sogar möglich eine Bluetooth-Maus mit eurem iPhone zu verbinden und dieses darüber zu steuern. Das Ganze ist etwas versteckt in den Einstellungen unter Bedienungshilfen, dann auf Tippen, dann auf Assistive Touch, scrollt hier nach unten und geht auf den Menüpunkt Geräte. Jetzt müsst ihr zunächst eure Bluetooth-Maus ganz normal mit eurem iPhone verbinden. Der Standard-Pin für die Magic-Maus ist übrigens viermal die Null. Ich tippt dann auf Koppeln. Wenn das Gerät verbunden ist, habt ihr dann noch die Möglichkeit in den Einstellungen die Tasten anzupassen, um zu sagen, was beim Linksklick bzw. Rechtsklick der Maus passieren soll. Damit ihr jetzt aber auch einen Mauszeiger seht, müsst ihr dann noch Assistive Touch aktivieren. Und jetzt seht ihr, in der Mitte erscheint dieser Mauszeiger und ihr könnt mit der Maus ganz normal Bewegung machen. Könnt hier Menüpunkte anklicken, könnt auf Zurück gehen, könnt sogar das Ganze hochwischen, könnt zum Homescreen gelangen. Ihr könnt euer iPhone also ganz normal, wie mit dem Finger auch, bedienen. Genauso ist es mit iOS 13 jetzt auch möglich, Playstation 4 bzw. Xbox-Controller mit dem iPhone zu verbinden, um darüber Spiele zu steuern. Für die Verbindung müsst ihr ganz normal in den Einstellungen auf Bluetooth gehen und dann den Pairing-Modus aktivieren. Verbindet dann den Bluetooth-Controller ganz normal in eurer Geräteliste. Aktuell gibt es noch nicht ganz so viele Spiele, die den Controller unterstützen. Wir sind uns aber sicher, dass es immer mehr werden. Ein Spiel, welches das Ganze unterstützt, ist zum Beispiel Beach Buggy Racing, welches ihr kostenlos im App Store herunterladen könnt. Ihr seht, ich kann das Ganze hier jetzt beliebig über den Controller steuern. Die Verbindung ist sehr gut und direkt und das Spiel lässt sich perfekt mit dem Playstation oder eben, wie gesagt, einem Xbox-Controller spielen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.